Herzlich Willkommen zu diesem neuen Unboxing eines älteren Limited Edition Displays. Ich kündige wieder mal nicht an, was es für eins ist. Tochter und Freundin stehen nebendran und sind ganz gespannt. Okay, auf geht's los! Gate to Elsewhere, herzlich Willkommen! So, nach genauerer Betrachtung muss ich sagen, das gefällt mir wirklich so gut, wie ich auf den Bildern erwartet habe. Die Farben kommen gut raus, die unterschiedlichen Mattheizgrade, nenne ich es mal, sind schön zu sehen. Und auch die Art und Weise, wie die glänzenden Flächen unten das Wasser hier dargestellt werden, gefallen mir auch sehr gut. Das Weiß kommt super gut rüber, alles klar, bis zum nächsten Mal, Servus! Das Weiß kommt super gut, bis zum nächsten Mal, Servus! 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020